Herzlich willkommen zu einem neuen Neumond-Horoskop und diesmal schauen wir uns den Neumond vom 16. August an und da trifft die Sonne den Mond im Zeichen Löwen. Und Löwe ist ja Sommerzeit, ist das, was wir aus uns herauslassen wollen, unser Selbstausdruck, wie der Löwe, der brüllt, wo man sagt, ich bin am Leben, ich bin lebendig. Also es ist wirklich das geballte Leben im Hier und Jetzt, die geballte Lebenslust, die geballte Freude. Und wenn man sich das dann auch so anschaut, zusammen auch noch in der Konjunktion mit der Venus, dann haben wir da natürlich auch noch einen großen Sinnlichkeitsplaneten dabei, also man will genießen. Und es geht natürlich im Löwen darum, Gefühle auszudrücken, beziehungsweise sich selber auch auszudrücken und die Lebenskraft auch auszudrücken. Und mit Sonne, Mond, Venus ist das eigentlich schon mal eine sehr positive, energiegeladene Schwingung. Aber, wird jetzt nicht so schlimm, aber es wird spannend. Und zwar, wir haben jetzt nicht so die großen, harten Dramen drinnen, also nicht so anstrengend, wie jetzt das letzte Monat war. Aber wir haben jetzt so, wir haben trotzdem wahnsinnig energiegeladene Konstellationen in diesem Neumond-Horoskop. Und zwar, wenn du dir das anschaust, wir haben den Uranus im Stier. Und Uranus im Stier, ich habe ja schon immer geredet, die Transformation der Materie, dass das, also nicht die Transformation, sondern der Umbruch, der Umwandel der Materie, so kann man sich das vorstellen, also wo dann wirklich Werte in eine andere Ebene gehoben werden, wo Werte sich auflösen, wo neue Werte auch kommen. Also die neuen Werte kann man eigentlich sagen, ob das jetzt über Immobilien geht, ob das über die Geldwerte geht, also diese neuen Werte oder auch natürlich auch ein neues Verständnis kann das auch für den Körper sein, für das eigene, für die eigene Materie. Und da ist ja dieser Transformator drin. Und Uranus ist ja auch so ein Teil, weil jetzt gerade Oppenheim im Kino war, also ist ja auch ein Teil, wo man sagt, da wird Plutonium hergestellt, also das Uran wird Plutonium hergestellt. Und man merkt also, dass Uranus ist so dieses schnelle, wandelnde Element dann auch. Und das ist eben so dieser plötzliche Energiegeber, diese Unruhe. Und der macht da direkt ein Quadrat hin, nämlich auf die Sonne. Er macht ein Quadrat auf den Mond und auf die Venus hin. Und wenn wir uns Quadrate anschauen, Quadrate sind immer Spannungen, sind immer so ein bisschen Stresssituationen. Und jetzt kann man sich vorstellen, also diese Energie aus diesem Werte, aus diesem Wertewirbel, nennen wir es mal so, der Wertewirbel schießt dann schon auf die Sonne, den Mond, die sich da ausdrücken wollen und macht da eine Spannung hin. Das heißt, da ist durchaus Stress geboten und auch eben auf die Venus macht das ein Quadrat hin. Da geht es wieder darum zu sagen, naja, vielleicht geht sich etwas materiell nicht ganz so aus. Oder es kommt da einfach zu ein bisschen so, ja, einfach so Anspannungen durch irgendwelche plötzlichen Neuigkeiten, plötzliche Veränderungen. Mir fallen dann auch immer so ein bisschen so diese Wetterphänomene mit ein, wo man sagt, okay, da könnte es wieder so Stürme oder so turbulente Zeiten geben. Es ist natürlich auch eine Zeit, wo, wenn Uranus Venus ist, das ist auch so ein bisschen offen für was Neues sein, also auch in der Romantik natürlich und mit den Löwen auch in der Sexualität, also da offen sein für etwas Neues. Was sich aber dann oft einmal relativ schnell wieder erdet oder relativiert, was dann oft einmal nur so ein schnelles Aufflammen ist von einer neuen Energie. Und da kann es dann natürlich sein, dass das so schnell, wie es aufflammt, auch wieder vergeht. Wir haben natürlich auch noch, wenn wir beim Uranus bleiben, bei diesem Wirbelwind, da haben wir den Merkur und den Mars, die stehen beide in der Jungfrau. Und da ist ein Trigon hin. Also das heißt, Uranus macht ein Trigon zu Merkur und Mars. Und Uranus Mars ist ja eigentlich als Kombination eben so dieser Freiheitskampf, ist auch diese plötzlich frei werdende Energie, ist auch diese plötzlich frei werdende, oft so ein bisschen unter Anführungszeichen Explosion. Und das dann auch noch in dieser Kombination, in diesen Erdzeichen, also das könnte ich mir vorstellen, könnte durchaus, wie gesagt, mit dem Wetter zusammenhängen, das könnte auch mit der Erde zusammenhängen, mit Erdbeben zum Beispiel. Also das wäre für mich auch so eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, da könnte sein, dass es da mal wackelt. Und natürlich sollte man auch aufpassen, Merkur, Uranus und Plus Mars dazu bei Reisen. Also bitte nicht stressen lassen bei weiten Reisen, es ist ja noch Urlaubszeit. Also da bitte einen kühlen Kopf bewahren, nicht zu sehr herumhetzen und wirklich da ein bisschen, ja, ein bisschen ruhig Blut bewahren. Weil natürlich auch der Uranus mit dem Quadrat der Sonne das alles ein bisschen cholerischer machen kann. Und diese Rechthaberei, wer hat jetzt Recht, ich habe jetzt Recht oder der andere hat Recht. Also da können eben solche Streitereien entstehen. Also da bitte, der Uranus hat einen riesen Einfluss auf viele, viele persönliche Planeten. Und das ist auf jeden Fall mal auffällig in diesem Monat. Wobei, wie gesagt, Uranus, Mars und Merkur, Trigon, das ist, ein Trigon ist ja auch positiv zu deuten. Das heißt, man könnte da durchaus sagen, ich habe im Arbeitsumfeld da eine neue Energie. Ich starte mit neuen Ideen vielleicht auch in meine Arbeit rein. Ich starte mit kreativen Ideen in meine Arbeit rein, in meinen Alltag rein. Ich gestalte da auch etwas Neues, weil es könnte ja mal sein, man hat Urlaub, man hat ausgespannt und hat auf einmal eine neue Idee, eine neue Vision und startet da auch neu durch. Also das ist auch auf jeden Fall eine gute Energie, um da einen frischen Wind reinzubringen oder auch in den Alltag, da was umzugestalten, umzuformen, neue Projekte vielleicht anzugehen oder auch neue Ideen einfach ein bisschen mehr noch in die Welt zu gebären. Also das ist durchaus auch ein positiver Aspekt. Also ein sehr, wie gesagt, wir haben sehr viel Energie, aber auch, die kann ja auch positiv genutzt werden. Dann haben wir noch dazu ein Quadrat von Jupiter zur Venus hin. Das heißt, die Venus ist ja wirklich, die hat da so schön was drauf, also sie hat Uranus drauf im Quadrat und sie hat den Jupiter drauf im Quadrat und der Jupiter steht ja auch im Stier. und da geht es natürlich auch noch einmal drüber, also nicht übertreiben und das würde ich auch so deuten, aufpassen noch einmal vor, ja, finanziell so diese schnellen Geschäfte, die große Chance oder so etwas. Also da würde ich ein bisschen aufpassen und mich da nicht verlaufen oder nicht so nach dem Motto, nicht alles ist Gold, das glänzt. Also da würde ich ein bisschen drauf achten. Aber sonst ist das natürlich schon eine, auch eine Venus, die so ein bisschen so den Druck verspürt, vielleicht auch einen Wert zu sehen oder einen Sinneswandel vorzunehmen, jenseits der Materie zu schauen. Also gibt es nicht wichtigere Werte als nur jetzt Geld und Besitz haben und gut gibt es nicht höhere Ideale. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein Thema ist mit dieser Venus-Spannung. Und der Jupiter macht außerdem noch ein Trigon zum Merkur hin und wir haben ja Merkur-Mars. Und das bedeutet für mich ganz klar, das sind wieder, ja, das ist nicht, also auf der einen Seite nicht das übertriebene Handeln, also nicht übertrieben handeln oder zu schnell etwas machen, aber andererseits können einem da auch noch einmal diese guten Gedanken kommen, wie man etwas vielleicht auch besser fügen kann, wie man etwas besser einrichten kann, wie man vielleicht Abläufe optimieren kann, auch in Firmen. Also das ist vielleicht auch so eine gute Zeit für Team-Coachings, für Team-Aufstellungen, wo man wirklich sagt, da gibt es eine gute Fügung und da kann man jetzt etwas bewegen, auch in Unternehmen oder natürlich dann auch im Familienbereich. Also das ist auf jeden Fall eine positive Chance in diesem, also ab so Mitte August. Ja, und im Großen und Ganzen sind das schon die, die, ja, wichtigsten Konstellationen. Wir haben auch noch so Semisextile drauf, vom Mars zur Sonne und Mond. Das heißt, wir haben Uranus und Mars auf der Sonne, wir haben die Venus auf der Sonne und auf dem Mond. Das heißt wirklich so, es ist ein Monat der großen Gefühle, des großen Aufwallens. Also das sind so Wellen, das kann so richtig auffallen, das kann so richtig intensiv werden und passt ja auch zum Sommer, zu einem großartigen, grandiosen Sommer. Also das kann da schon drinnen sein, aber eben, wie gesagt, nicht übertreiben. Und sich auch nicht so aus der Ruhe bringen lassen, sich nicht so stressen lassen in dieser Zeit. Also das wäre da ganz wichtig und nicht, ich glaube, das ist auch eine wichtige Zeit, wo man sagt, ich mache eine klare, einen klaren Punkt und sage, das tue ich und das tue ich nicht. Also nicht auf so dieses Klassische, auf zwei Hochzeiten auf einmal tanzen wollen. Also was mache ich jetzt, wie strukturiere ich mich, was ist mir wichtig, wo ordne ich mich ein? Und dann auch mal sagen, okay, ich mache mir lieber mal eine Tür zu und gehe durch eine andere Tür, auch wenn ich eben weiß, okay, ich lasse da eine Tür jetzt geschlossen, als dass ich alle Bälle auf einmal in der Luft habe. Denn das könnte dann natürlich auch, auch in Bezug auf Partner, weil ich habe so viele Möglichkeiten, das könnte dann natürlich zu einem Stress führen. Und da würde ich eher sagen, positive Reduktion, weil sonst könnte diese ganze überbordende, uranische Energie und nochmal, denk ruhig mal, Oppenheimer, denk an diese gewaltige Bombe und diese Explosion, denk mal an diese Energie und die steht uns jetzt im August zur Verfügung. Ja, das wäre eigentlich so das Neumond-Horoskop. Ich bin gespannt auf deine Kommentare und was du so erlebst und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Bis nächstes Mal. Tschüss.